So, willkommen zurück zu League of Legends. Mit dabei heute der Out of Service. Der überhaupt nichts sagt. Und einfach nur da ist anscheinend. Ja. Ja, wir spielen Botlane. Ich spiele. Okay, also mehr brauchen wir heute von ihm nicht mehr erwarten. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ob er sein Ja gemacht hat. Was mein Ja? Nein, nein, nee, was hat er gesagt schon mal? Äh, sein O. Äh. 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 Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, ich habe aber darauf geachtet, dass ich es nicht gemacht habe. Ach. Ja. Alles klar. Ja. Gut, dann helft die. Ich bin blöden GP mal hier. Ja. Ja. So, schon mal kleine Vorwarnung. Ich habe seit längerem nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Das könnte jetzt ziemlich, ja. In die Hose gehen. Friss das, du Riesenfrosch. Oh, Leona. Oh, das wird hart. Das wird böse, ja. Und, was ist das andere? Wayne, oder? Ja, natürlich, ja. Natürlich, ja. Das gleiche, aber erstes Spiel seit Monaten und dann, oh, nee. Oh, das müssen wir auch botlanen. Wir werden auch einfach mal... Wow. Passt, 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 passt. Ja, da kommen wir schon wieder rein. Wir hätten vielleicht mal als unser Mainchimp zu da anfangen sollen. Ja, ich hatte jetzt aber gerade keinen Bock auf Top-Lane. Ein bisschen. Jetzt probieren wir mal, dass wir noch mal auf die Bane gehen. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber die stellt sich halt immer schick. Sehr schick. Ja, natürlich. Ähm. So. Ich fackle nicht lange, ich fackle alles ab. Ich fackle alles ab, ja, ja. Ja, dann tu mal tun. Oh. Solange so Teamkollegen was können, ist ja alles gut. Ja. Dann können wir schon rumnooomen. Oh man, Alter, ja. Ich kann nur nicht mal last hiten, wenn ich eingespielt bin. So, das jetzt erst. Dann hier. Yes, baby. Last hit. Noob support. Noob support. Noob support. Oh, fuck. Oh ja. Schön in den Tower rein, scheiße. Ja, ich wollte aber eigentlich nicht sie, aber. Ja, ist ja wurscht. Hauptsache mal ein bisschen Damage ausgeteilt. Komm in die Pro-Plays. Nee. Ja, dann hättest du jetzt aber nicht sagen dürfen, du wolltest gar nicht sie, sondern hättest du sagen müssen, das ist alles der Plan. Alles geplant. Ich kann niemanden grappen, sonst bin ich tot. Achso. Ja, ja. Außer ich grab jemanden in Tower. Grab jemanden, los. Ich will das nicht. Tu es. Für die Leona schon, aber das hat keinen Sinn. Oh, Alter. Noch mal herjumpen. Soll ich so ein bisschen baiten? Das wird definitiv in die Hose gehen. Ja. Leona. Leona zuckt schon. Ja, ja, ja. Die hat einen nervösen Finger. Ja, ja, der ja. Der joggt schon anderer Seite. Oh, ja. Oh, wir kriegen Besuch. E-P kommt. Grab, grab shit. Der war nice. Der war nice. Boah, der war wirklich nice. Kill that bitch. Ja, spade it. Oh, jetzt hat er sie bekommen. Scheiße. Hauptsache tot. Trotzdem will ich gerne... The grab is real. Ja, der war nice. Der war nice, ja. Schön in... Kommt, die kommen wieder. Und ich hab' nichts mehr... Nichts. Das ist. Fast. Also level warte ich jetzt noch schnell. Die Shackley Level Up. Ich push mal schnell die Lane vor und dann... Yes. Geh ich auch mal schnell weg. Ja, das reicht schon. Ich dachte, da ist ein Gang kommt. Ich hab' noch nicht gewonnen. Okay. Yo, ich weiß gar nicht was ich kaufen muss. Ja, sag mich erstmal. Mh. 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 Oh no! Oh. Lol. Da geht's geflame schon los ey. Ja. Der Fell ist aber auch scheiße. Ich hab grad ein bisschen zugeschaut. Ich schon auch. Aber ich weiß nicht. Not one knock up. Oh guck mal. Ja, ja, ja. Nice. Mh. Faust in die Fresse. Ja. Vollgas. Leona kommt da zu Worten. Hör mal auf die Ding. Auf. Yes baby. Geh ein bisschen weg. Ja, jetzt drauf drauf. Kann man auch. Nice. Yeah. Richtig nice. Oh, Ulti's auch noch ready. Lass, lass laufen. Ja, ich hab' den Berg schon wieder 1200 Gold. Ne, das noch. Eigentlich wollte ich ja Warden aber. Ja, scheiß drauf. Warden ist für den. Ach scheiße, da gibt's ja das blöde Wardite. Ja. So ein komischer Stein. Das wär' vielleicht nicht schlecht für den Support. Boah, Stein ist glaub' oh, Leben und äh ja. Hier ein Robiekristall. Ja genau. Sehende Stein. Genau. Genau. Läuft. Der Lysin ist wohl gut. Ja. Sind Lysins oft. Weil ein Vladimir ist auch nicht gerade ein leichter Gegner. Nee. Ein Valdimir. Ja gut, jetzt geht er drauf. Okay drauf drauf drauf. Oh shit. Oh shit. Nein. Ja Mann. Macht meine Ulti doch so viel Damage. Nice. Ich hab schon gedacht, ich krieg die gar nicht mehr. Nee, ich sie krieg. Ja gut. Aber wie hätt sie dann auf jeden Fall nicht mehr gehabt. Das stimmt. Oh. Talon kommt. Ja, ich muss backen. Ich bin so gut wie down. Scheiße. Nein. Scheiße. Ja, die Leona ey. Ich will meine Ulti. Ja genau, die wollen die auch noch holen. Das ist mir voll egal. Oh und jetzt Paul. Oh, die wär so leicht zu killen. Wieso, wieso, wieso muss die Ulti so viel cooldown haben? Wieso kann der nicht einfach 10 Sekunden sein? Lass wir mal Ding spielen. Ash. Ash und Jinx. Ash und Jinx. Du stunze und ich hau dann meine Ulti da drauf. Ja. Bei ihnen die nächste oder? Ja. Ich hoffe mal, dass der Busch hier nicht geworden ist. Die Leona wird gleich reingehen, denke ich mal. Ja, genau. Gibt ein bisschen Damage raus. Ja, Leute. Was kommt so? Unser GP stirbt. Glaube ich. Ah. Ich hab den Dix noch gekillt. KS. Der war schon tot. Der war schon tot. Der war schon tot. Ja. Fokus zerblitzt. Oh shit. Na dann halt dich. Habe ich auch kein Problem mit. Ja. Ist uns eigentlich egal wer. Jetzt geh mal. Dezent meinen Stein raus hängen lassen. Dach wir den. Ja, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Oh, der ist schon... Scheiße. Der hat zu viel Lifestyle. Ja. Ja. Aber abartig. Ja, leider mein Knock-Up nicht. Ja. Nein. Die... Die... Verletzten unsere Tower. Nein. Wieso tun die sowas? Ich weiß es nicht. Ich muss es aber unterbinden. Komm. Okay, das hat die jetzt irgendwie nicht sämlich... beeindruckt. Na, dann rennst du nochmal an meinen Tower. GP! Lass mal auf'n! Komm schon, GP! Geh rein! Nein! Oh, flasht sie aus meinem Ding aus. Oh shit! Mein Grab ist nicht ready. Oh, die... Nice! Die einen hier haben sie raus, oder? Ja, Vayne ist tot, ja. Ja, Vayne ist tot, ja. Ulti ist wieder ab. Ich muss da bisschen damage machen. Komm mal her. Das war die falsche, das war die falsche! Aua, aua, aua! Oh shit! Geh auf, geh auf die Leona. Die hätten wir schon... Ja, wenn sie noch... Wenn sie zu mir kommen hin hoch, dann hätten wir sie gehabt. Ja, ich bin halt die andere Seite. Ich hab gedacht, du kriegst den Warwick aber... Geh weg. Alter! Alter! What the fuck! Der macht auch gut damage, ey. Legt mich am Arsch. Müssen wir aufpassen, die kommen zurück. Von wo denn? Hm? Von wo denn? Ja, gell. Dann... Technisch. Was denn ein Waffe hätte? Die Waffe schießt. Oh. Schade. Oh, die machen Dragon. Die machen Dragon. Dragon. Ja. Oh, was soll ich da tun? Nix. Ist eh schon done. Boah, wie ich den Scheiß nicht treffe, ey. Was? Guck, dass die Minions wegpickst. Oh, oh. Flash! Alles, tu alles! Hab kein Flash! Ouaah! Oh. Oahhh! Ich bin der Bitch. Ben die Kap. Men Hans! Er legt hat... ...mein Lifesteal nach. st mein Fleisch hatte leider noch 160 Sekunden der Kotz ist unser Kotz so ein Pro-Player der Warwick ist hart in der Mitte 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 Jo, bin schon unterwegs Hoi Wo kam die denn jetzt her? Ich hab nicht drauf geachtet Ich war die ganze Zeit bei euch Hast du dahin geschaut wo du bist? Ja ich hab geguckt wo ich meine Ulti hinschießen kann wegen dem Scheiß Dingens hier damit der nicht davon kommt der Talon und plötzlich ich mag nicht nur so wie der Bildschirm rot wird mein Lebensbalken hier weniger wird aber dann war es eh schon zu spät Toll immer noch Scheiße Unser GP geht jetzt noch drauf Oh denen ihre Champions sind zu OP mal wieder das ist das Hauptproblem und bei uns gehen alle Solo so wie der Lee Sin oben mhm naja Kann ich nichts machen dann Stay together now Ja Also der ist schon Level 12 ja gut ja genau den schaffst nicht Haltet ihr der macht der macht Schaden der ist gefeedet wie Saun ja da sind alle von die Gegner ja ja springen hier alle rum hocken irgendwo im Busch warte nur darauf dass einer reinguckt ich hoffe ich kann der Streik hilfst alter der kriegt keinen Schaden und ach und macht Schaden ohne Ende oh oh nice let's crank incoming oh snap oh snap Boah ich kann dir nichts mehr tun ey Aaaaaaah hm 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 Wer will schon brav sein? Wer will schon brav sein? Naja, noch ist in dem Spiel gar nichts entschieden. Naja, das ging jetzt eigentlich. Jetzt haben wir wieder ein bisschen... ...aber den ja wieder ein bisschen zurückgegeben. Auch wenn ich grad stark nachlass. Einen Dragon brauchen wir, ja. Ja, kommt mal irgendjemand! Ja. Na danke! Weiss, bis ihr da seid, ey. What the fuck? Ja, die sind zum Scheißen. Und das ganze Gegnerteam ist auch... ...das Problem. Die spielen besser zusammen. Jaaaa... Alter, der Damage! Go, GP! Go! Mach doch nicht. Ne, mit gegen den. Gegen den Warphing, ja. Okay, ich bin fertig. Fuck, wo ist die Leona hin? Ich hatte meine Ulti ready. Sag ich nicht. Dragon ist schon down, oder? Ich darf lieber mal, äh, unseren Tower. Ja. Ja, Dragon ist down. Hm. Wollt ihr doch fahren? Oh ja, den brauch ich auch. Oh yeah, oh yeah! Go, 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 go! Kannst du dich noch graben? Oder... Oh shit, da ist... LOL! Ich war eigentlich voll drin. Da kommt Talon, Talon! Oh, den Kill musste ich jetzt holen. What the fuck? Sonst wär ich... Sonst wär ich down gewesen. Mhm. Ich seh nur zwei Lowlifes. Ich... 100 Leben. Puh! Das läuft. So, weg mit dem Tower. Boah. Knopf. Tut der Quellkost auch irgendwas so? Er kann nichts. Das war so, ne. War so, ne. Freundschaft. Das ist knapp. Ohhhh. Wie es vorbei geflogen ist. Ohhhh. Das ist knapp. Ohhhh. Wie es vorbei geflogen ist. Ohhhh. Abgang. Nein! Oh, schade. Schade. Das wär schön gewesen, glaub ich. Ja, wohl. Guck, dass du die Minions wegbekommst. Mit deinem... ... 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 oh shit oh richtig nice und dann kriegst du den kill nice ich will auch kills haben aufs mode schade ohne range oder Lee Sin macht es wow Stay here, bitch! Yes, baby. Alter, ich krieg kein Kill mehr, ey. Läuft bei dir. Ja, ja. Nein! Ja, aber jetzt sind alle weggerannt. Mit dem Vladimir hat man schon noch killen können. So schön raus. Oh, aber das ist nicht dein Ding heute. Setz die Ultianale vorbei. Ja, ich wollte die eigentlich nur noch mal setzen, dass sie gesetzt ist, wenn ich z-back gehe. Vielleicht hat er ja doch noch was, aber anscheinend nicht. Anscheinend treffe ich nichts. Was? Was? Kann man grad sagen, unten sammelt sich ein bisschen Farm an. What is my dragon? Die brauchen wir unbedingt das nächste Mal. Das stimmt. Wie viele haben die schon? 2. 18 Sekunden. Dreck. DALGON! 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 Oh GAAAYS. Fang du an. Ja, lass laufen, bis die da sind. Ja, ja, den haben wir safe. Ok. Jetzt lass den Falle laufen. Yes. Boah, ich hab aber den Kill. Leck mich am Arsch. Sehr geil. Rundenfarm. Oh, meine Maus zuckelt gerade irgendwie ein bisschen. Ziemlich viel Farm. Ja gut, holt schon jemanden. Jo, Leona, weg in die Brille. Scheiß. Ich spiel jetzt AP. AP Blitz. Ja, ja, warum nicht? Ja. Oh, Top-Lane ist Farm. Warte, ich denke nach. Ok, ich bin fertig. Haha, der scheiß Gangplank. Jetzt wird den Farm auch noch haben. Ich bin verrückt! Farmen wollen, denke ich mal mehr. Kurz, Gegnerteam versammelt sich in der Mitte wie es aussieht. ist er denn ich mache doch gar nix die wollen den dingen sehr den leseo schütte kommen durch den jungen so i come there too nein der flasht hinterher böser wolf ja dann haben wir den fight am selten Ja, den holen sie ja auch noch. Nicht mit mir! Scheiße, Tower haben sie trotzdem. Fuck that! Fuck that shit! Check yourself before you wreck yourself! Wie bin ich jetzt eigentlich schon wieder geslaut? Man kaputt, Junge! Nein! Boah, Alter! Ich bin voll verzogen! GG demount! Auf Assists! Hehe, 16! Ja und ich hab auch 11! Oh! Alter, der Damage! Geht da die Party? Nee, da ist nix Party. Da ist... Wie viel Damage? Der Talor noch! Gut schon! Ja gut, der hat auch schon 13 kills! Ich hab ja wieder Bock auf Aram! Mit Blitzkrieg! Das wär lustig, ja! Oh oh, die sind alle weg! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Bitte lass mich nicht alleine! Äh... Ich hab Angst! Hier ist ein Warwick! Hallo, Warwick! Oh! Äh... Ja! Dieser Failkotz ist so ein Mongo! Ich bin tot! Ja Baby! Oh, oh! Doch, ich bin tot! Zu viel Schaden! Das haben wir echt verloren! Das ist... Vielleicht mal die Champions angucken! Das ist einfach nur zu hart! Was die da haben! Zu viel OP-Scheiße! Ja! 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 Keiner geht auf die Wäden! Oh! Da ist es! Ja! Es passiert! Alles weiß, dass es passiert! Was passiert! Das ist eh schon vorbei. Defeat! Oh no! Tja. Ja, schade. Erste Spiel seit langem verloren. Fängt gut an! Hat ewig gedauert. Ja. Ja, gut.